Untertitelung des ZDF, 2020 Für den Rallye-Club Berg sind sie auch unterwegs in einem Ford Fiesta ST 150 Und wir starten noch im Minutentakt weiter bis genau 12.59 Uhr Los geht's auf die Runden zur 8 Kilometer Anfahrt, auf die erste Sonderprüfung Und da haben wir schon die nächsten, Luis Winklener und die Lisa Holtz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war noch 80. Musik Rally Club Berg, wir bleiben dabei mit der Startnummer 34, einer der vielen Teams vom Rally Club Berg, auf Platz 5 in der Gasse gelandet, nämlich in der Gasse 4, Christian und Theresa Gassner, Gratulation, es hat ja Spaß gemacht. Applaus So, weiter geht's mit BMW, Sound vom Fenster. So, weiter geht's mit BMW, Sound vom Fenster. So, weiter geht's mit den ganzen Bstream Untertitelung des ZDF, 2020